Mein Freund ist ein großer Allmann und er liebt Birkenstocks, er trägt wirklich Birkenstocks immer. Wir gehen wandern, Birkenstocks. Wir gehen ins Schickessen, Birkenstocks. Wir haben Sex, Birkenstocks. Mit Socken. Also wirklich Männer, lasst mich euch eins sagen, Birkenstock mit Socken, bestes Verhütungsmittel. Gleich nach diesen Handy-Klapphüllen. Habt ihr das mitbekommen? Birkenstocks sind voll teuer geworden, ne? Weil die wurden aufgekauft von dem Chef von Louis Vuitton. Die kosten jetzt mittlerweile über 100 Euro. Und ich bin ganz ehrlich zu euch, Leute. Ich hab noch alte Birkenstocks und ich seh die jetzt auch ein bisschen als Anlagequelle. Bloß ich hab sehr viele creepy Follower, die, glaub ich, gerne mal meine Schuhe kaufen würden.